Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich über den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen und warum es überhaupt so wichtig ist, diesen Unterschied zu kennen. Im allgemeinen Sprachgebrauch gelten Emotionen als eine Art Synonym für Gefühle oder natürlich auch umgekehrt, allerdings sind die Bedeutungen im Kern komplett verschieden. Denn Gefühle sind an sich eher unbewusst und du kannst sie nicht direkt beeinflussen, zum Beispiel du stehst morgens auf und hast so ein Gefühl, irgendwie geht es mir nicht so gut, als Beispiel jetzt. Oder auch umgekehrt, hey, heute fühle ich mich irgendwie gut, ich stehe auf und bin sofort startklar, wie auch immer. Gefühle entstehen durch unsere Wahrnehmung und Emotionen dagegen entstehen durch die Beurteilung oder durch die Wertung von diesen Gefühlen. Also sozusagen sind Emotionen der Frame der Wahrnehmung, die wir haben. Und die Wahrnehmung wiederum ist ja beeinflusst von diversen Filtern, ja, also wenn jemand in der letzten Nacht sich heftig mit jemandem gestritten hat, dem er etwas bedeutet und mit der Person er sich an sich gut versteht, dann kann es natürlich sein, dass die Person dann aufsteht und aufgrund dieses Filters den neuen Tag mit einem sehr negativen Gefühl startet, einfach weil ihr dieser Streit noch nachhängt, dieser Konflikt. Wenn man nun diese Gefühle, die man in sich spürt, mehr oder weniger bewusst, ja, wenn man die dann zum Ausdruck bringt, dann setzt es eine Energie frei, weil im gesamten Leben alles ist Energie, mehr oder weniger hoch- oder niedrigfrequentiert, feinstofflich oder grobstofflich, ja. Und Energien, je feiner sie sind, desto, ja, schwerer zu greifen sind sie oder zum Teil auch nicht sichtbar für unsere Körperorgane. Grobstoffliche Energie ist sowas wie, ja, etwas, was du anfassen kannst, zum Beispiel dein Handy beispielsweise, ja. Wenn nun die Gefühle also in eine Handlung umgesetzt werden aufgrund der Wertung, die man ihnen selber so übergestülpt hat, dann entsteht die Emotion und daher kommt auch der Begriff Emotion, also Motion, kennst du vielleicht vom Englischen Bewegung, Energy in Motion könnte man frei sagen, ja, oder auch vom Lateinischen Emovere, herausbewegen, also E oder Ex-Movere, Emovere heißt bewegen, Ex, kennst du vom Wort extrovertiert, ja, nach außen hin, dass sich etwas rausbewegt. Das heißt, Emotionen sind die Reaktionen auf unsere Gefühle, also das, was wir fühlen, darauf reagieren wir und das strahlen wir dann nach außen hin aus. Also im Beispiel wieder jemand steht auf, hat in der letzten Nacht einen Streit mit jemandem gehabt, hat das Gefühl, dass er niedergeschlagen ist, bedrückt und reagiert jetzt auf dieses Gefühl auch negativ, eben im Sinne von, dass es ihn weiter nach unten zieht, weil er jetzt wieder drüber nachdenkt und für ihn ist eigentlich schon der ganze Tag gelaufen oder für sie und diese Emotion kommt jetzt nach oben und die werden auch die Menschen in seinem Umfeld spüren, dass irgendwas nicht stimmt, dass er niedergeschlagen ist, niedergedrückt. Das Gefühl an sich ist dabei aber eben nicht entscheidend, sondern mehr die Reaktion auf dieses Gefühl. Emotionen sind also sehr individuell und natürlich auch immer kontext- und situationsabhängig. Du kannst zum Beispiel im Sommer eine kalte Cola genießen und dich darüber freuen und im Winter ist dir das zu kalt und schmeckt vielleicht dir auch gar nicht, weil du lieber warme Getränke bevorzugst. An der Cola hat sich nichts geändert, aber deine Reaktion aufgrund des Temperaturunterschiedes hat sich geändert und deswegen ist deine Emotion eine andere, also dein Geschmack ändert sich auch oder deine Geschmackswahrnehmung besser gesagt. Emotionale Bewertungen sind also etwas, was nicht in der Eigenschaft einer Sache oder eines Ereignisses oder eines Menschen begründet sind oder darauf basieren, sondern die kommen immer aus dir selbst und sind wie gesagt von einigen Dingen abhängig. Wie gesagt, wie du geschlafen hast, wie du gelaunt bist, wie deine Lebenssituation gerade ist. Du kennst das, wenn du aus dem Urlaub kommst und ein kleines Missgeschick passiert dir, dann bist du meistens viel entspannter, als wenn du eh schon seit Wochen durchpowerst und extrem gestresst bist und dann läuft noch irgendwas schief. Ja, das bringt eventuell das Fass zum Überlaufen. Wir können also festhalten, dass Gefühle kommen und gehen, weil sie von verschiedensten Dingen abhängig sind. Zum Teil können wir sie beeinflussen, zum Teil auch nicht, wie zum Beispiel das Wetter. Ja, das kannst du schlecht beeinflussen, aber auf manche Dinge hat man Einfluss, wie man sich ernährt, wie man schläft, ob man Sport macht, mit welchen Menschen man sich umgibt und so weiter und so fort. Das kann man langfristig beeinflussen. Natürlich kann man nicht gleich alles über Nacht ändern, aber mit der Zeit kann man schon seinen Fokus anders oder so verschieben, dass es einem gesünder ist, dass man an sich eine positivere Grundstimmung hat, positivere Grundgefühle. Und wenn dann doch etwas kommt, was uns irgendwie überrumpelt oder negative Gefühle in uns auslöst, dann liegt es in unserer Verantwortung, die Emotionen zu wählen. Also deine Gefühle kannst du nicht verändern. Aber du kannst immer Einfluss nehmen auf die Reaktion auf deine Gefühle. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen schweren Verlust erlitten hat. Sagen wir mal, da ist ein Mann jetzt in unserer Geschichte und seine Freundin verlässt ihn. Das Gefühl ist erstmal Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. Vielleicht sieht er keinen Sinn mehr im Leben. Ja, es ist auch eine Identitätskrise, weil ein großer Teil seines Lebens wegbricht. Was macht er jetzt? Diese negative Emotion, beziehungsweise, du siehst es selber, ich wollte Gefühl sagen, im Alltag verschwimmen die Begriffe, das negative Gefühl kann jeder nachvollziehen, dass er nach einer Trennung Traurig ist, Niedergeschlagen, Deprimiert. Jetzt muss er allerdings aufpassen, dass er nicht auch depressiv wird. Und da liegt es in seiner Verantwortung zu gucken, okay, wie reagiert er jetzt auf die Trennung und welche Emotionen bringt er zum Ausdruck. Ist es sinnvoll, sich jetzt die ganze Zeit zu betrinken und keinen Aufgaben mehr nachzugehen, nur noch im Bett zu verbringen? Ja, das wäre eine sehr extreme negative Emotion, die er dann ausleben würde. Und klar, gefühlsmäßig könnte er sagen, er will das gar nicht, aber es geschieht ihm. Ja, es ist nicht in seiner Kontrolle. Aber das bedeutet, dass er in dem Moment nicht Herr der Lage ist im Sinne von, dass er sich nicht dessen bewusst ist, dass er diese Macht hat, das zu beeinflussen. Und im besten Fall hat er ein liebendes, wertschätzendes Umfeld, was ihm sagt, hey, pass mal auf, wir unternehmen gemeinsam was oder wir päppeln dich wieder hoch, wir unterstützen dich, wie auch immer. Und dann kommt er mit der Zeit wieder in so eine Basislinie, ja, ein Basisgefühl, von dem aus er neu starten kann. Aber wenn er jetzt sich diesen negativen Emotionen hingibt, wie gesagt, damit ist nicht das negative Gefühl gemeint. Ja, er soll nicht sagen, ach, egal, die Trennung hat mich null berührt, ist mir alles egal, weil das wäre Selbstbetrug. Ja, das wäre, ja, es wäre auch irgendwie kontraproduktiv, weil er würde einen Teil von sich verleugnen. Natürlich tut das extrem weh, deswegen das negative Gefühl ist normal. Aber wie er jetzt mit diesem negativen Gefühl umgeht, das liegt in seiner Verantwortung, welche Emotionen er folgen lässt, ob er vielleicht anfängt, wieder Sport zu machen, sich seinen Hobbys zu widmen, seinen Interessen, ob er wieder mehr mit seinen Freunden unterwegs ist, ja, wie auch immer er sein Leben jetzt gestaltet, oder ob er eben sich isoliert, zurückzieht, also dauerhaft, ja, dass er schlechte Gewohnheiten etabliert, wie trinken, exzessiv feiern, wie auch immer, einfach nur, um sich zu betäuben. Das wäre eine negative Emotionsverarbeitung. Und in diesem Sinne muss jeder Mensch im Laufe seines Lebens immer wieder gucken, okay, ist das gerade ein Gefühl oder ist das eine Emotion? Und ich weiß natürlich, ist das jetzt so, von außen gesagt, sehr leicht, wenn man erstmal in einer Situation drinsteckt, wo man das Gefühl hat, das Herz zerreißt dir in einem Jahr in Stücke und du weißt nicht, ob du überhaupt so weitermachen kannst, ja, da kann man natürlich leicht sagen, ja, achte mal auf deine Emotionen, du musst deiner Emotion immer voraus sein, du darfst dich nicht von deinen Emotionen kontrollieren lassen, sondern du musst sie kontrollieren. Das ist natürlich leicht gesagt, wenn man in einer Krise ist. Deswegen ist es sehr hilfreich, wenn man schon vor großen Lebenskrisen und Schicksalsschlägen und Lebensereignissen an sich trainiert und ja, auch im Rahmen von Selfcare, Achtsamkeit guckt, was sind meine Gefühle und was sind meine Emotionen. Ganz normal im Alltag, wenn du zum Beispiel an der Kasse stehst und jetzt geht die Kasse nicht mehr und die Kassiererin muss ins Lager und irgendwen holen, weil da irgendwer ist, der ihr helfen kann und alle Leute sind ungeduldig und du hast auch keine Zeit und du guckst auf die Uhr und merkst, ja, jetzt kommen so langsam Ärger in dir hoch oder du bist genervt, gereizt. Dann nimm das Gefühl mal wahr und sag, aha, okay, ich bin genervt und gereizt. Emotion wäre, wenn du jetzt daraufhin krass reagierst, im Sinne von, dass du jemanden anschreist, die Kassiererin beleidigst, das wäre jetzt eine extreme Form, ja. Es gibt natürlich auch noch mildere. Aber dass du einfach mal im Alltag immer guckst, was ist meine Emotion. Oder ob du in dem Moment dann durchatmest und sagst, okay, es ist jetzt eben so, die Kassiererin kann auch nichts dafür, es ist zwar ärgerlich, aber ich muss jetzt das einfach aushalten und geduldig sein. Und da kann man im Alltag ganz gut trainieren, wenn man sich einfach immer wieder selbst reflektiert bei Kleinigkeiten, wie gesagt. Das sind ja jetzt alles Kleinigkeiten, aber die helfen einem dann später auch bei großen Sachen, sich selbst wahrzunehmen und zu gucken, was ist mein Gefühl, was ist meine Emotion. Weil dir mag es jetzt vielleicht lächerlich vorkommen, dass man denkt, naja, bei so Kleinigkeiten, was interessiert mich, ob das jetzt ein Gefühl oder eine Emotion war. Nun, wenn du das im Kleinen beherrschst und verstehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du es auch im Großen dann umsetzen kannst und verstehen kannst, okay, was mache ich da gerade, warum reagiere ich so oder agiere ich, ja. Ist alles, was ich gerade mache und sage eine Reaktion oder kommt es aus einer reflektierten Haltung heraus, ja. Und deswegen kann ich wirklich jedem nur empfehlen, starte immer im Kleinen. Denn wenn es dir im Kleinen gelingt, Gefühle und Emotionen auseinanderzuhalten und auch diesen Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern, nämlich Reiz, also ein Ereignis oder jemand sagt etwas zu dir oder etwas passiert, dass du dann nicht sofort reagierst, sondern erst mal eine Pause machst und überlegst und innehältst. Und in dieser Welt heutzutage wird viel Wert darauf gelegt, dass man schlagfertig ist, dass man lustig ist, sarkastisch ist, Angriffe lächelnd abwehrt. Aber das musst du gar nicht. Du kannst auch einfach erst mal in dich gehen, dich zurückziehen und dann später eine Antwort geben. Und eine Antwort ist immer besser als eine Reaktion. Warum? Weil sie aus einer bewussten Haltung resultiert und nicht aus einer unbewussten Emotion, die dann so hoch ploppt, weil du in deinem Stammhirn Überlebensmodus bist, wo es nur Angriff, Flucht, Verteidigung gibt. Darum merkt ihr immer, du musst nicht der Coolste sein, du musst nicht der Lustigste sein. Es geht darum, dass du das, was du tust und was du sagst, bewusst machst, damit du später erstens nichts bereust, dich selber nicht schämen musst für dein Verhalten. Oder zumindest nicht ganz so eich. Und dass du auch einfach immer weißt, okay, es passieren Dinge im Leben, die sind leider nicht schön, die tun extrem weh, aber ich habe immer die Wahl, wie ich damit umgehe. Das Gefühl mag negativ sein, aber die Emotion, die ich hochkommen lasse, die kann immer noch ich beeinflussen. Und mit der Zeit wird es dann auch wieder besser. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen. Keep it in the Villa. Ciao.